Herzlich willkommen zu einem weiteren Review von USFCO. Dies von einem Test das A&K MK43 Mod 0 Airsoft Maschinengewehr in der 0,5 Joule IG Variante von software-professional.de Bevor wir uns mit der Airsoft Replika befassen noch kurz einige Informationen über das Original. Das MK43 Mod 0 ist eine verbesserte Variante des M60 E4, eine Weiterentwicklung des deutschen MG42. Seit 1995 wird das MK43 Mod 0 im Kaliber 7,62x51mm von der US Navy und von den US Navy Seals verwendet. Nun zur Airsoft Replika. Beginnen wir mit den allgemeinen Daten. Die Airsoft Variante des MK43 Mod 0 wird von der Firma A&K im Kaliber 6mm BB produziert. Das MK43 ist 93,5cm lang und wiegt geladen ca. 8kg. Der Innenlauf ist knapp 50cm lang. Die Magazinkapazität beläuft sich ungefähr auf 3500 Schuss. Betrieben wird es durch einen Elektromotor, der eine Feder spannt. Die Energie erhält der Motor von einem Akku. Ein Hop-up ist vorhanden und einstellbar. Die Waffe ist größtenteils aus Metall gefertigt. Die Waffe ist nur vollautomatisch. Semi-automatisch ist nicht auswählbar. Geliefert wird das A&K MK43 Mod 0 in einem stabilen Pappkarton, in dem sich das MG samt Lieferumfang in einem Styropor-Behältnis befindet. Mitgeliefert werden das Software Professional typische Prüfungsprotokoll mit einer geprüften maximalen Geschossgeschwindigkeit von 69 m pro Sekunde. Auf der Rückseite befinden sich noch wichtige Informationen zum Umgang mit Airsoft-Waffen, die man sich vor Gebrauch unbedingt durchlesen sollte. Und eine detaillierte Gebrauchseinweisung auf Englisch. Hinten befinden sich noch Hinweise zur etwaigen Fehlerbehebung. Ein 9,6 Volt Nickel-Metall-Hydrit-Akku mit 1200 mAh und das dazu passende Ladegerät mit einem Output von 250 mAh. Der Akku lädt mit dem mitgelieferten Ladegerät demnach ungefähr 6,5 Stunden. Ein E-Mac mit ca. 3500 Schuss. Und natürlich die Airsoft-Waffe selbst. Beginnen wir mit dem Material. Gefertigt wurde das MK43 größtenteils aus Metall. Lediglich der vorderen Hinterschaft, der Griff und der Frontgriff und die Griffscheinen sind aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt. Kommen wir nun zu den Funktionen der einzelnen Teile. Die Mechanikabdeckung wird durch Betätigen dieses Hebels hochgeklappt. Das Hop-Up kommt nun zum Vorschein. Dreht man nach rechts, so vermindert man das Hop-Up. Dreht man nach links, so verstärkt man das Hop-Up. Der metallene Ladehebel an der rechten Seite kann zurückgezogen werden, hat aber keine Funktion. Die hintere Visierung ist einklappbar und sowohl in Höhe als auch Breite einstellbar. Die vordere Visierung ebenfalls aus Metall ist nicht einstellbar. Der Tragegriff mit Gummiabdeckung dient zum Schießen aus der Hüfte oder einfach zum komfortableren Tragen der Waffe. Er rastet in 1, 2, 3 Positionen stärker ein. Vorne ist noch ein in der Länge verstellbares Zweibein montiert. Einfach das Bein etwas eindrücken und dann drehen. Das Zweibein ist dreifach in der Länge verstellbar. Jedes Zwillingsbein ist nach Abschrauben dieser Schlitzschraube abnehmbar. Markings sind bis auf die Software Professional Gravur ProLine Kaliber 6mm, Energie unter 0,5 Joule nicht vorhanden. Zunächst wird dieser Gurt hier eingehängt, dieser Schlauch durch diese Öffnung hier angeschraubt. Dann dieses Kabel mit diesem Kabel und dieses Kabel mit diesem Kabel verbunden. Es sind zwei Tragegurthalterungen angebracht. Eine hinten und eine vorne links. Überprüfen wir nun die maximale Geschossenergie bzw. Geschwindigkeit und die Feuerrate. Fazit, beginnen wir mit dem Kontraargument. Das einzige was uns nicht gefällt ist, dass wenn man rennt die googelnde Magazinen hin und her wackeln. Bei E-Max ist das jedoch normal. Zu den Pro-Argumenten. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Beim Material wurde keineswegs gespart. Nirgends irgendwelche Qualitätsdefizite wie zum Beispiel Gussreste. Das Gewicht ist mit 7kg nahe dem des Originals und sorgt damit für einen nahezu unverwechselbaren Realismus. Die Magazinkapazität ist enorm hoch. Man kann im Durchschnitt mehrere Minuten ununterbrochen schießen. Meist ist der Akku vor dem Magazin leer. Das Magazin findet zudem sehr gut. Die Energie ist mit dem Durchschnitt 0,49 Joule extrem nah an der Grenze und sorgt somit für eine effektive Reichweite von ca. 30 Metern. Das integrierte Zweibein und die Schulterauflage sorgen für erhöhte Präzision bzw. Komfort. Das Preis-Leistungsverhältnis ist somit sehr gut. Das Airsoft Maschinengewehr der Premium Klasse glänzt durch die optimale Verarbeitung, der bemerkenswerten Präzision und dem hohen Grad der Originaltreue. Das A&K MK43 Mod 0 bekommt damit von uns 14,9 von 15 Punkten und somit eine eindeutige USFCO Kaufempfehlung. Wir bedanken uns fürs Anschauen und empfehlen euch auch noch auf unserer Webseite unter www.usfco.msrsoft.com und auf unserer Facebook-Seite beizuschauen. Wir freuen uns über euer Feedback durch die Daumen hoch und runter Funktion. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Bis zum nächsten Video. Wir nächsten Mal. Vielen Dank.